ja Willkommen zurück Leute zu 1 gegen 1 gegen Maxi aber IP Oh Gott man hat mich schon gar nicht gehört in Aufnahme gegen den Satin Panda nicht mehr beschrieben werde ich eh vergessen gegen den Satin Panda mit großem P weil Max sich das gewünscht hat ja Max spielt jetzt AWP und ich hab Alter ich hab grad die AWP für mich entdeckt damit hab ich auf Entfernung schon mal null Chance naja ne bei meins Skills guck mal bei meins Skills ich sag's ja ja trotzdem ich hab weniger Chancen als du denn meine Waffe ist zwar sehr präzise und ich würd sagen wir können ja mal ne Challenge machen mit zufälligen Waffen äh das tut mir leid das können wir beim nächsten Mal machen ja ja meine ich ja nächstes Mal ich habe die Taste aussehen unbelegt und weiß nicht wie ich die wieder zurücksetze naja ich meine das ja auch nächstes Mal weil das ist nicht keine Absicht gewesen aber ist halt jetzt so naja klar wo bist denn die schon wieder ja meines Skills ja jetzt weg mit der AK Moment mal Moment mal ja das war Skill das war Pura-Skill ich hab die Spawn gehört ich glaub jetzt geht's so richtig los mit meinem Sieg ne ja das war mir klar deswegen dachte ich heiße irgendwo hier ist er doch boah ach ich dachte ich bin ich bin ich habe ein bisschen Zeit lassen Prozent weil er war das ist denn ich kann er wieder an gesucht habe aber es dort er hat zehn Jahre bei mir ja mein Ding ist ein Ding ich werde ich habe dich irgendwie um die Ecke getötet was auch nicht was ein Ping liegt oder so du hast mich um die Ecke getötet um die Ecke gebracht ja nein ich hab dich um die Ecke herum getötet das war ich mit Entfernung was was ist denn bis 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 da bitte ob das noch rumbackt vom letzten Mal ich hab noch 18 HP auch gut dann hab ich die Echte für Euro da hab ich dir eh zu viel abgezogen der Fernkraft ist ja okay nix 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 da kommst du so im perfekten Moment um die Ecke der Fernkraft ist ja kaputt ich hab meinen Kopf der wieso man schon so schnell auf den Kopf ziehen können ich verstehe das nicht ja ich hab ja so ein Fahnenkreuz und das ist nicht ganz gut denn so kriegt man kann man das auch so einstellen ich habe auch ein Erscherb auf dieses Wurzelfahrt Dings da äh eingestellt ne wie heißt das das ganz normale Standard das hast du wahrscheinlich drin was so riesig ist ne ne das hab ich weg gemacht ich hab dieses Wurzelteil da genommen Alter und jetzt nach weil guck mal die Bonuswaffe du riechst mich so auf ne warum weil ich ey gleich stand wuhu deswegen wenn sie es auf jeden Fall schon mal erreicht keine zu leichte Beute zu werden ja ich hab mir jetzt irgendwie leichter vorgestellt aber ich bin auch halt extrem schlecht gerade wie alle es sehen können ey ich finde das voll gut sei mal öfter so aber bitte nicht im Wecklamm spielen denn ich bin grad zu über 3 geworden und ich bin grad in Double Doss drin es hat einfach keinen Sinn ja gut ich gönne dir eine Runde Mark ich schaue es auf meine Red Line ja 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 das sagen sie immer ne ich gönne jetzt echt ne Runde oh warum kommst du jetzt ich tipp ich komm von einer langen achte ich mir immer noch was ich kann es sagen ich bin grad in Double Doss drin ah ich wusste es von da draußen das mach ich mit ich schenke dir eine Runde Spiegel mit der Desert Eagle ja ok ich hatte aber auch noch 20 HP ja trotzdem war das im Kopf ja 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 davon wo komm ich Niklaus ich weiß es ehrlich gesagt nicht deswegen laufe ich auch rum wie so ein verängstelter Hase ich hab dich gehört ah da hab ich Panik-Shot gemacht alter aufgehört dass du einfach runterspringen nein ich bin wieder gelaufen jetzt ich hab nur Desert Eagle ich kann nix anderes machen ich hab nur Desert Eagle warum weil ich mir die immer gekauft habe ist mein AK nicht mehr ausgerüstet ich hasse das so an Deathmatchen dass man sich keine Piste und ne Waffe kaufen kann ja stimmt CSU sagt du kaufst dir entweder ne Piste oder entweder ne Waffe Cova Bark hallo ha 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 ich wusste dass so etwas jetzt kommt wo das Ding aufgekloppt ist dachte man schon so das ist ne Falle ich bin mit der selben Waffe ja das war ein Fehler für mich ach ja Moment mal konntest du ja neu auswählen na nein was denn ich hab's nicht gemacht was ich konnte ich weiß nicht ob das geht das geht ah fuck typisch konform von Alarm ok ah Alter ich treff nicht das ist so peinlich Alter ich sehe ich da mal so hoch du sagst du okay ich sehe so längst einfach hier Beine ah ich bin grad extrem nürig ah fuck du liegst sogar vorne und die Hefeerzeit ist schon rum ich darf die Videos nicht veröffentlichen warum denn nicht das ist eine Schande für mich ich veröffentlich die Video auch eh also ah das ist mir auch scheiße wer das nicht tust als der Empfehlter jeden aus deiner Videos ok sehr leise ich sag nicht mal was ich sag sehr leise 2 HP 2 HP 2 HP und Bonuswaffe und neue Waffe aus ach es geht gar nicht neue Waffe auszuwählen ich muss G drücken ja ne B bei mir was hast du für ne scheiß Tasten naja laufst du standard wahrscheinlich läufst du mit den Pfeiltasten noch ne natürlich du schießt mit dem Steuer äh mit dem Ausrat ach so cool deswegen krieg ich auch so schnell ja ich hab den Schuss gehört hä Moment du bist jetzt oh Mark das ist so ein mieser Alter der die Wahrheit die Bonuswaffe von Jahr 2 hat er voll abliegt ja ganz ehrlich Mark was ist denn wie asozial muss man sein R2 HP Respawn einfach ich versuchen zu wollen weil ich denke ey R2 HP da habe ich auch noch mal wie an Hunde ja was du jetzt ist es scheißegal es hier ist im Prinzip dass ich jetzt ein Kehl mehr hätte ach so aber nicht ja lüge sie jetzt auch wieder mal oh schöne Bonuswaffe ah ja ja klar ja bei mir ist jetzt ja 1 ja klar ich glaube ich will sie gleich wenn du mich grad anbesiegen wirst nein das war einst das mache ich jetzt nicht du sagst ich durfte es aber machen ja okay kommt's mal da ich bin auch nein ich bin auch so okay oh oh man oh ja ich war das wenn man dann fallen lässt die Runde hat mal gewonnen gg nein noch lange nicht alter hast du mir auch schon gesagt zwei Minuten ich brauch zwei Kills ich bin grad so schlecht ich brauch ein Kill zum Bleistand da muss doch mal so extrem ich bin grad so extrem schlecht ich weiß na ich treffe einfach nichts ich muss ihn so gestern Wallbang alter du triffst trotzdem mehr als ich mit der AK-O-Teenfall du hast immer noch ein Kill mehr als ich im Moment ist das Gleichstand wir müssen eine Entscheidungsrunde machen aber du wirst jetzt eh 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 noch ein Kill machen du hast ein Kill mehr als ich ja eben hattest du ein Kill mehr ach so ja steht es eins zu eins sozusagen nach unten naja wenn du zum Beispiel einer wenn du zum Beispiel ein Kill machst weil wenn ich jetzt noch ein Kill mache dann habe ich mehr Kills insgesamt als du dann habe ich gewonnen ja aber wie du dich freust das ist zum Beispiel gleichstand äh jetzt hast du ein Kill vor zwei Kills ne ja doch ein Kill Mark ich verwirr dich nicht weiter hör auf die Runde jetzt ist noch nicht entschieden für dich war sie eben schon entschieden ja okay du an der Geschichte ist was dran was mich gehört nett dass du schießt Mark alter direkt auf den Kopf muss ich da erstmal hinlaufen das war es jetzt langsam bin ich im Flow drin naja das war es aber für mich noch ich müsste zwei Kill zu gleich statt machen noch 46 Sekunden Mark du stehst im Prinzip nicht oder was für im Prinzip es geht jetzt wieder neu von vorne ich habe eine Runde geholt jetzt ist grad die zweite wenn du die holst ist es 1-1 es geht nicht insgesamt nach den Kills ach so dann haben wir uns ja verschiedene Spray Out du hast dich keinen einzigen Fall getroffen ja hab ich auch gesehen wo bist du denn hier grad gespawnt ich hab dich grad gehört schnell nachladen noch gut ich versteck mich jetzt ach geil gut ja unentschieden was machen wir jetzt ja unentschieden insgesamt hast du aber gewonnen keine Ahnung ich würde sagen die Runde wiederholen wir nochmal ne ich würde sagen wir machen jetzt zuerst 3 hat du hast jetzt 2 und ich hab 1 weil das jetzt für beide zählt das heißt wir machen noch eine Runde jetzt bin ich wieder bis zum nächsten Mal Ciao ja